Das gute Benehmen am Freitag, Verhaltensregeln am Freitag. Bemüße dich für ein gutes Benehmen am Freitag. Am Freitag gibt es bestimmte Verhaltensregeln der Muslim Bevölkerung zu gehören, die ganz gebrauchen Oster zu vollziehen, einen guten Duft aufzutragen, die Verwendung von Miswak oder sich die Zähne zu reinigen und das Einölen der Haare. Das Anziehen der besten und schönsten Kleidung, das frühe Kommen zum Freitagsgebet, das Vermeiden von Störungen für die Bedenken, indem man sich nicht vor sie setzt, so dass sie voneinander trennt. Das Rezidium des Rot-Ul-Kerf und vermehrte Bittgebete zu machen, besonders in der Schnelle der Erhöhung, ein Moment am Freitag, an dem die Bittgebete angenommen werden. Auch vermehrte Bittgebete für unseren Propheten. Segen wir für das sehr auf ihn, an den Donnerstagnacht und am Freitag zu sprechen.